nicht nur falli können was manchmal auch der pimmel kann wir männer haben zuweilen ein nur schwer nachvollziehbares widersprüchliches und verworrenes verhältnis zum körper und zwar nicht nur zum eigenen an stammtischen und zuweilen wohl auch im bett ist fast jeder penis träger stolz wie bolle auf sein gemächte nennt er das und die unerschütterliche herrschaft die er vermeintlich bei seinen sexuellen kunststückchen im bett vollbringt natürlich sind diese echten kerle nicht nur am biertisch felsenfest davon überzeugt der größte zu sein jeweils und außerdem natürlich der beste im liebes spiel ein wahrer virtuose ein fallus paganini um sich vollends zum affen zu machen lässt er sich dann bei jeder wie er meint passenden gelegenheit von seiner beglückten sex partnerin bestätigen wie gut er mal wieder war und was für unbeholfene stümper doch alle seine vorgänger waren same procedure last week frage ich mich da jenseits solcher maulfechtereien holt uns dann meist die wirklichkeit ein wenn niemand zuhört haben wir wiederkehrende anfälle von selbst zweifeln es sei denn es ist uns seit der pubertät gelungen mehr oder weniger erwachsen zu werden oder zumindest ganz fest daran zu glauben und das soll es geben wird solch einem tollen hecht im karpfen teich sein über jeden zweifel erhabenes standing und damit die ersehnte hebung seines selbstwertgefühls nicht im gewünschten umfang zuteil bleibt ihm so meint er neben mehr oder weniger geschickten seitensprungen wohl nur der gang ins bordell die sechs arbeiterinnen wie zb in der zurzeit pandemie bedingt weitgehend außer betrieb genommenen bruchstraße in braunsberg wie hier im bild zu sehen legen von berufs wegen die bemühungen ihrer männlichen kundschaft nicht auf die gold oder lust frage nach dem motto dienst ist dienst und lust ist lust dass die ausschließlich auf sich selbst als auf das gemeinsame erleben des sexuellen genusses fixierten und beschränken selbsternannten herren der schöpfung auf diese weise die mono entspannung bekommen die ihnen ihrer meinung nach zusteht ist eine unbestrittene tatsache aber das war es dann meist auch schon was mich persönlich betrifft ich mag meinen penis fast immer nach den irrungen und wirrungen der pubertät habe ich mich nach und nach man ihn gewöhnt an den penis dieser teil meines körpers ist vor allem ausgesprochen nützlich zum beispiel um urin auszuscheiden gelegentlich samen weiter zu geben und nicht zu vergessen um sexuelle lust zu empfinden und hoffentlich auch selbige zu verursachen alles gute gründe die herausragenden und oder baumelnden primären geschlechtsmerkmale zu hegen und zu pflegen und ihnen eine angemessene wertschätzung zu gewähren echte leidenschaft bis an die grenze zur obsession und manchmal auch darüber hinaus empfinde ich um beim körperlichen zu bleiben dann aber doch eher für die vulva der frau ihre geheimnisvolle klitoris die zwillingsschwester des penis bekannterweise und die dunklen warmen höhlen die ich wohl nie ergründen werde zumindest nicht ganz die aufzählung der anbetungswürdigen reize von frauen die mich als heterosexuellen mann an den herrlichen rand des wahnsinns bringen ließe sich fortsetzen ich nenne an dieser stelle nur noch den duft den geschmack und das mysterium der haut experten nennen das etwas unsensibel taktile reize nüchtern rein vernünftig betrachtet scheint all das ziemlich verrückt zu sein ist es auch wir allerdings seine primären geschlechtsmerkmale in gedankenworten und werken vor sich her trägt wie eine staatsstandarte gibt sich nur der lächerlichkeit preis das gilt für beide geschlechter andererseits hat bekanntlich wahrscheinlich jede und jeder von uns irgendeine art von fetisch das ist teil seiner oder ihrer identität und darüber hat niemand zu urteilen aber zurück zum thema bei mir regt sich immer öfter unbehagen wenn ich spüre dass jemand sich oder teile seiner selbst für das maß aller dinge hält eine der vielen spielarten von narzissmus ganz frei kann zumindest ich mich von dieser selbstverliebtheit nicht freisprechen so wort eine erklärung keinesfalls eine faule ausrede dafür für dieses überzogene krankhafte selbstbewusstsein dürfte bei mir selbst meine schier fundamentalistische konservativ religiöse sozialisation bis tief in die pubertät hinein sein pornographie darf oder muss dieser schweinkrams sein dazu ein klares jein wer erotisch kreatives oder hardcore pornographie mit dem leben verwechselt sollte wie jede und jeder andere psychisch kranke professionelle hilfe in anspruch nehmen aber ganz so einfach ist das dann doch nicht erotik und pornographie haben aus guten gründen ihren festen wenn auch umstrittenen platz in jeder kunstform von der grafik und dem gemälde über die fotografie bis hinein in die musikszene und in die literatur grenzen dürfen meiner meinung nach allenfalls gesetze setzen aber auch darüber lässt sich trefflich streiten wenn ich zum beispiel überlege wie lange männliche homosexualität als strafbar galt das war bis 1994 mit dem berühmt berüchtigten paragrafen 175 stgb und erlebe das bis heute noch mehr denn je meine ich scheinbar abweichende sexuelle identität im bundesrepublikanischen alltag gesellschaftlich geächtet wird dann liegt es nahe dass auch pornographie sowohl als mittel der sexuellen erregung als auch in beliebigen kunstformen weit entfernt davon ist immer noch unaufgeregt als das gesehen zu werden was sie ist ein möglicher bestandteil unserer sexualität und damit als wesentlicher bestandteil unseres durch die verfassung geschützten rechts auf selbstbestimmung keine bange ich mache weder werbung für zahnpasta mit und ohne streifen und ich gedenke auch nicht mich hier 56 jahren nach meinem austritt aus der römisch-katholischen kirche den weisheiten des herrn buddha zuzuwenden in der kaum realistischen erwartung einer wiedergeburt das mag ich nun wirklich niemandem zumuten mir selbst am allerwenigsten das szenario des bildes was wir hier sehen ein billiger plastik buddha aus dem ein euro shop meditiert wahrscheinlich über sinn und unsinn eines erschlaffenden zahnpasta gebildes dass das weiche pasta würstchen die assoziation zu einem in die jahre gekommenen weich gespülten fluss weg ist beabsichtigt der von mir erst im nachhinein nämlich beim freien gedankenspiel dieses textentwurfs ergründete tiefere sinn dieses auf den ersten blick eher unsinnigen bildes erschließt sich nicht nur dem sich von wiedergeburt zu wiedergeburt sowohl handelnden als auch sich vergeistigenden buddhisten notfalls auch ohne kopf und gliederschmerz verursachen der meditation wie herr siddhartha gautama herauswand unter diesem namen wurde buddha ins nordindische standesamt mit schwungvoller sanskrit schrift eingetragen wahrscheinlich so und vor 2400 jahren behaupte ich mal hat jeder mensch gefälligst alle nur erdenklichen formen des leidens in seinen sich wiedergeborenen leben durchzustehen bevor er wann auch immer in eine höhere form des seins gelangt und dann bedarf es möglicherweise auch gar keiner strammen zahnpastawurst mehr um die allerhöchste glückseligkeit zu erlangen übrigens was mein kleiner plaste und elaste buddha nicht wusste nicht nur eine steife zahnpasta oder ein wie auch immer konsistenter phallus kann was fallen können sollten es lebe die vielfalt es lebe der phallus es lebe die vulva der finger und die zunge